Die US-Arbeitsmarktdaten waren heute ein Ticken schwächer als erwartet, zumal gestern ja diese ADP-Arbeitsmarktdaten so viel besser waren. Dadurch ist die Flüsterschätzung nach oben gegangen für die heutigen Arbeitsmarktdaten und dann waren sie ein Ticken unter der Erwartung, sowieso unter der Flüsterschätzung und die Aktienmärkte zunächst mal erfreut, aber auf den zweiten Blick hat man festgestellt, die Stundenlöhne sind ziemlich deutlich gestiegen. Schauen wir uns die ganze Schose mal an, denn all das zusammengefasst bedeutet, dass die Fed am 26. Juli bei der nächsten Zinsentscheidung dann eben sich auch entscheiden wird, die Zinsen anzuheben. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist derzeit überragend. Hier sehen wir mal diese 209.000 Stellen erwartet 225 Unemployment Rate, wie erwartet 3,6 Prozent, nach wie vor ja sehr, sehr niedrig, aber vor allem die Stundenlöhne 0,4 statt 0,3 erwartet und 4,4 zum Vorjahresmonat statt 4,2 erwartet. Interessant. Dazu gleich mehr. 60.000 Jobs sind durch die Regierung geschaffen worden und Multiple Job Holders, also diejenigen, die mehrere Jobs da angeben, die fließen ja alle schön in die Statistik ein, die sind 233.000 gestiegen. Schauen wir uns mal die Erwartungen der Banken an im Vorfeld, dann sehen wir die Jobs so zwischen 175.000 und 270.000 erwartet. Also die Spanne war nicht sehr groß, aber wenn wir rechts mal gucken, die Average Hourly Earnings, dann gab es kein einziges Analysehaus, das einen Anstieg von 0,4 Prozent zum Vormonat und einen Anstieg von 4,4 Prozent zum Vorjahresmonat vorhergesehen hat. Das heißt, wir haben hier Lohndruck. Das ist keine Lohnpreisspirale, sondern es ist eine Preis-Lohn-Spirale. Die Arbeitnehmer müssen höhere Löhne haben aufgrund der gestiegenen Inflation. Seit kurzem sind die Reallöhne erstmals jetzt sogar positiv. Das heißt, die sind stärker gestiegen als die Inflation. An sich eine erfreuliche Entwicklung, aber für die Fed eben ein Problem. Und hier sehen wir nochmal, seit eineinhalb Jahren haben wir im Prinzip die Situation, dass die Arbeitsmarktdaten besser waren als erwartet. Und böse Zungen sagen, ja, schaut euch mal die Daten an aus den USA. Alles, was Regierungsdaten ist, ist besser als erwartet. Was nicht Regierungsdaten ist, also von privaten Häusern erhoben wird, das ist tendenziell eher schlechter als erwartet. Aber das sind böse Zungen, auf die Sie keinesfalls hören sollten, meine Damen und Herren. Und jetzt haben wir also diese Strecke von 14 Veröffentlichungen bei den Arbeitsmarktdaten, die besser waren als erwartet, mit die längste Strecke in Jahrzehnten. Die längste Strecke, seit ich mich erinnern kann, seit ich an den Märkten bin. Und das ist seit dreieinhalb Tagen. Das ist also jetzt erst mal vorbei. Und jetzt sagt hier zum Beispiel Pantheon Macro, ein Analysehaus. Also, wenn die Fed jetzt wirklich die Trends ernst nehmen würde, dann dürfte sie die Zinsen nicht mehr anheben. Aber was willst du tun, wenn jetzt eben der Lohndruck da ist? Und hier sehen wir mal, das ist eben deswegen, hatten die Märkte heute mit einer deutlich höheren Zahl noch gerechnet, weil eben normalerweise die Non-Farm-Payrolls, also die offiziellen Arbeitsmarktdaten, besser sind als die EDP-Arbeitsmarktdaten, die ja gestern für so viel Bewegung an den Märkten gesorgt hatten. Die Anleiherenditen nach oben, die Aktienmärkte nach unten vor Schreck. Aber diesmal ist es anders gekommen. Und wenn wir mal genauer hingucken, dann sehen wir, dass die Vormonate deutlich nach unten revidiert wurden. Jetzt alleine April um 77.000, Mai um 33.000. Das heißt, da sind mal eben 110.000 Stellen irgendwie nicht mehr da, die vorher da waren. Jedes Mal haben die Märkte aufgrund dieser Zahlen eine Rallye absolviert. Also das zeigt, wie unzuverlässig diese Daten sind, die ja ohnehin mit Burst-Death-Models, Seasonal Adjustments, ich hatte das öfter schon gesagt, ziemlich schwierig zu verdauen sind. Aber wie es ist jetzt die Reaktion der Analysten und die ist eigentlich relativ eindeutig, die Arbeitsmarktdaten sind gemischt ausgefallen, auch wenn sich der Arbeitsmarkt, wie die Commerzbank hier schreibt, etwas abkühlt, bleibt er doch aus Sicht der US-Notenbank wohl zu stark. So sind zwar weniger Stellen entstanden, aber das Arbeitsvolumen im Juni hat zugelegt. Die Arbeitslosenquote ist wieder gesunken und vor allem eben die Stundenlöhne sind gestiegen. Und hier sagt eben auch die Commerzbank, naja, es drängen pro Monat 100.000 neue Leute auf den Arbeitsmarkt. Wenn du also 200.000 Stellen und ein paar zerquetschte schaffst, dann ist das immer noch eine Unterdeckung. Also der Arbeitsmarkt, der bleibt eng, ist ein nachlaufender Indikator. Und das heißt, möglicherweise ist die Wirtschaft schon stark am Abkühlen. Aber der Arbeitsmarkt, der bleibt noch robust, weil die Firmen sich normalerweise scheuen, Leute zu entlassen. Das haben sie in Corona bitter bereut. Hier nochmal amerikanische Analysehäuser, die sagen, ja, also es ist vielleicht jetzt in einer etwas besseren Balance am Arbeitsmarkt. Aber vor allem die Löhne, die sorgen für inflationäre Impulse und die muss die FED letztendlich bekämpfen. Wir brauchen einen weniger engen Arbeitsmarkt, so ein anderes Haus, damit die FED davon ausgehen kann, dass die Löhne nicht zu stark steigen. Was Sie hier sehen, dieser Balken, das sind die FED Fund Futures Wahrscheinlichkeiten für den 26. Juli. Da liegt die Wahrscheinlichkeit bei etwa 93%, dass die FED die Zinsen anhebt. Und die FED ist nicht bekannt dafür, gegen eine so eindeutige Erwartung der Märkte zu agieren. Man hat ohnehin schon angekündigt, ja, jetzt auch von Paul, von anderen, dass man die Zinsen ein- oder zweimal noch anheben wird. Und vielleicht sogar mehr, je nachdem, wie eben die Daten ausfallen oder vielleicht auch weniger. Das werden eben die Daten zeigen. Wir haben jetzt vor der nächsten FED-Sitzung nur noch die CPI-Daten, die in der nächsten Woche kommen. Aber nochmal zurück zu den Stellen, die da geschaffen wurden. Der größte Arbeitgeber oder der größte Stellenzuwachs hier, Government. Also der Staat, die Amerikaner haben ja mal eben seit Aufhebung der Schuldengrenze 850 Milliarden Dollar an Schulden aufgenommen. Also das ist dieses Wachstum auf Pump, das man da letztendlich finanziert. Dann kommt Healthcare, also Gesundheitssektor, Retail zum Beispiel. Also Einzelhandel hat 11.000 Leute verloren. Also das ist jetzt nicht so wirklich schön, was wir da gesehen haben. Allerdings sind die Average Weekly Aures gestiegen, also die Arbeitszeit pro Woche. Und da war ja ein Phänomen, wie kann das sein, wenn der Arbeitsmarkt so eng ist, dass die geleisteten Arbeitsstunden fallen pro Woche. Jetzt haben wir gesehen, die sind wieder ein bisschen rauf von 34,3 auf 34,4. Das wirft die Frage auf nach der Produktivität, die gleich nochmal zu behandeln sein wird. Aber übergeordnet gilt, immer wenn die Fett die Zinsen deutlich anhebt, ist es zu einer Rezession gekommen. Immer wenn die Zinsen deutlich gestiegen sind, ist es dann auch zu Problemen am Arbeitsmarkt gekommen. Das dürfte diesmal auch der Fall sein, eben nur mit einer Zeitverzögerung. Keine Ahnung warum, durch Verzögerungen aufgrund von dieser ganzen Corona-Zeit, Stimulus und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen, sehen wir heute insgesamt wenig veränderte US-Indizes. Zumindest jetzt Standaufnahme oder wo ich jetzt diese Aufnahme mache. Wir sehen, dass der einzige Index, der sehr gut heute performt, ist der Russell 2000, der Nebenwerteindex. Also wieder so ein bisschen Rotation. Aber insgesamt bleibt, dass wir sehr wenige Aktien sehen, die neue 12 Wochen Hochs erreichen. In der letzten Zeit, der Breath, also die Marktbreite, wieder miserabel. Wie gesagt, das ist heute ein Ticken anders. Aber an der Nicey haben wir den schlechtesten Breath seit über einem Jahr gehabt. Gestern sind 98% der Aktien an der Wall Street gefallen. Und immer, wenn das hier kippt in Sachen Marktbreite, wie hier dieser Twitter-Kommentar zeigte, dann kommt eine Korrektur, die gehen könnte bis 4.130, vielleicht sogar bis 3.950. Wir werden sehen. Und hier vor allem eben auch die Frage, ja, was stimmt hier nicht? Wir sehen hier, dass normalerweise die Tech-Aktien, Nasdaq, relativ parallel laufen zu dem, was die Real Rates, also die realen Zinsen oder Realzinsen hier sagen. Das ist diesmal anders. Hier sehen wir, dass das total weit auseinander klafft. Jetzt sagt Lance Robert, das könnte ein Earnings-Issue werden. Das könnte also bedeuten, dass hier die Earnings deutlich zurückgehen. Und in der Tat, wir sehen jetzt schon im ersten Quartal ja rückläufige Profite der Unternehmen. Und das könnte sich fortsetzen, zumal wir heute Nachtezahlen von Samsung hatten aus Korea, weltgrößter Smartphone-Hersteller, mit dem stärksten Umsatzrückgang seit der Finanzkrise. Chip-Schwäche. Was ist jetzt da mit dieser künstlichen Intelligenz? Die ist doch endlos in Nachfrage, da so viele Chips kannst du ja gar nicht machen, wie die Nachfrage wegen dieser KI. Der Fall ist, wir sehen, dass die taiwanesischen Exporte so stark gefallen sind, wie seit 14 Jahren nicht mehr. Taiwan, ja, der Hub für hochleistungschips. Und der Nasdaq aber gleichzeitig mit dem besten Start in einem Kalenderjahr seit 1983. Ich glaube, der Nasdaq 100, sogar mit dem besten ever. Nur der Nasdaq Composite seit 1983. Grund dafür KI und Zinssenkungsfantasien. Diese Fantasien haben sich eigentlich jetzt erstmal erledigt, aber der Hype um KI ist noch da. Ja, aber dementsprechend sagt ein Skeptiker, Alexander Vogt, auf den Sie keinesfalls hören sollten, dass das Chance-Risiko-Verhältnis in diesem Sektor, nämlich im Tech-Sektor, das ungünstigste ist. Und noch ein bisschen Bärenpornografie für die Bullen unter Ihnen, meine Damen und Herren. Wir sehen, dass jetzt ein Index, der die dreimonatige Korrelation der Aktien im S&P 500 untereinander erfasst, auf dem niedrigsten Niveau seit Januar 2018 handelt. Im Februar 2018 kam es dann zum Wall-Mageddon, also zu einer Explosion der Volatilität. Aber das wird diesmal natürlich nicht passieren. Aber gucken wir uns mal ein paar Indizes an. Wir hatten gestern ja diesen Trendbruch beim DAX. Der wichtige Böden komplett zerschlagen hat, sich heute so ein bisschen erholen kann, aber so richtig gepfeffert ist diese leichte Erholung nicht. Wir sehen der Eurostox noch gestern auf dem tiefsten Stand seit Ende März. Und wir sehen der Nikkei, der ja der Bullischste unter den Indizes zuletzt war, was die internationalen Indizes betrifft, dass der eine potenzielle Schulterkopf-Schulter-Formation ausbildet, jetzt an der Nackenlinie sitzend. Wir sehen auch zum Beispiel den Kospi, den koreanischen Index, der mit einem Trendbruch agiert. Also da ist ein bisschen Porzellan schadtechnisch zerschlagen worden in einigen Indizes. Und jetzt nochmal zu dieser KI-Geschichte. Wir haben ja gesehen in der Internetrevolution, da war ja auch die Hoffnung, die Produktivität wird deutlich steigen, weswegen Bewertungen gerechtfertigt sind, die wir derzeit sehen, gerade bei den KI-Aktien. Aber was ist passiert? Die Produktivität ist gesunken und die ist besonders auch in letzter Zeit gesunken. Das heißt, die KI muss erst noch den Beweis antreten, dass wirklich dadurch Produktivitätsschübe entstehen. Wenn nicht, dann haben wir hier, glaube ich, ein riesiges Bewertungsthema. Und der Produktivität ist, wenn wir jetzt mal nach Deutschland springen, auch das große Thema von Thomas Mayer, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank, der sagt also, unser Problem, das wir hier haben, wirtschaftlich, ist die Leistungsfähigkeit von Staat und Wirtschaft, ist die schwindende Produktivität. Das aber taucht gar nicht in der öffentlichen Debatte auf. Man ist permanent in dieser Klimageschichte, in dieser Klimahysterie. Ohne das deutsche Klimawesen wird die Welt nicht genesen. So offenkundig die Herrschaften in Berlin. Und er fragt sich, warum wird eigentlich das Kernproblem nicht thematisiert? Der Klimawandel ist zur absoluten Existenzfrage für die Menschheit erhoben worden. Da nimmt man dann auch einen wirtschaftlichen Abstieg in Kauf. Den nimmt man so mit Schulterzucken. Scholz sagt, die AfD ist eine schlechte Laune-Partei und glaubt damit das Problem beiseite gewischt zu haben. Aber es ist ja schlichtweg so, Klimapolitik kannst du nur betreiben, wenn du das Geld dafür hast. Wenn du also eine Wirtschaft hast, die funktioniert. Nur dann kannst du auch ein Sozialsystem dir leisten, das für uns alle ja so wichtig ist. Und die führenden Politiker sagen, ergreifen diese gesellschaftliche Strömung auf. Alle anderen Probleme werden beiseite gewischt. Anders als in den 1980er Jahren oder auch Anfang der 2000er Jahre, als Deutschland als der kranke Mann Europas galt. Damals gab es eine intensive öffentliche Debatte, was müssen wir tun, um das zu ändern. Das ist dann letztendlich auch zu Resultaten gekommen. Deutschland hat dann einen deutlichen Aufschwung erlebt. Nun aber ist es sozusagen alles nur noch Klimakatastrophe. Und dadurch haben viele Leute das Gefühl, die Herrschaften in Berlin entkoppeln sich immer mehr von den Realitäten der Menschen, was letztendlich dann extremeren Parteien Aufschub verleiht oder Protestparteien letztendlich Aufschub verleiht. Und hier eben ist dann die große Frage, wie kriegen wir es hin, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wieder sich auf Kernthemen, auch unseres Umgangs miteinander mit der Wirtschaft letztendlich zu fokussieren, statt immer nur über Klima zu sprechen. Keine Frage, wichtiges Thema. Aber was faktisch ja passiert, ist der CO2-Ausstoß Deutschlands ist der zweitwichtste in Europa, nach Polen. Wir tun alles, um CO2 in die Luft zu blasen. Mit dem Versprechen wird später besser, aber das große Problem ist, wir schalten ja Energiequellen ab, wo wir eigentlich in einer solchen Situation möglichst viel Energie machen oder erzeugen sollten, mit den uns ohnehin limitierten Möglichkeiten, statt eben zu sagen, aus ideologischen Gründen, wir schalten ab, wir machen kein Fracking, nehmen aber Fracking-Gas von den anderen, wir betreiben keine Atomkraft, aber importieren gerne Strom aus Frankreich, Atomstrom. Und jetzt ist das den Franzosen mal aufgefallen, so hat die Energieministerin Frankreichs gesagt, okay, die Deutschen, die haben ein Glaubwürdigkeitsproblem im Kampf gegen den Klimawandel. Es ist ein Widerspruch einerseits, massiv französischen Atomstrom zu importieren, andererseits jeden Text und jede Gesetzgebung in der EU abzulehnen, die den Mehrwert dieser kohlenstoffarmen Energieform anerkennt. Keine Frage, Atomkraft hat seine Probleme. Wir nehmen jetzt ja aktuell die Diskussion um Saporizhia, allerdings ist dieses Kernkraftwerk in der Ukraine ja runtergefahren seit September. Der Betreiber dieses Kernkraftwerks in Saporizhia hat ein Interview gegeben und gesagt, also die Gefahr, die von einem laufenden Atomkraftwerk ausgeht, in Sachen, wenn da ein Angriff passiert ist, ist Faktor 350 größer als ein Atomkraftwerk, das ja praktisch nicht mehr in Betrieb ist, das runtergefahren ist, das nur mal am Rande erzählt. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich es ins Wochenende lasse, was passiert, wenn Russland den Gastransit über die Ukraine stoppt? Das ist ja eine Geschichte, die nach wie vor möglich ist. Jetzt will die Bundesregierung LNG Terminans bauen, unter anderem auf Rügen, zu großen Freude der Inselbewohner und der Touristen dort. Aber das könnte dann ein richtiges Problem auch im Winter werden. Wir, wie gesagt, verzichten auf Energiequellen und sind scheinheilig ohne Ende. Hier mal eine Analyse, was das bedeuten würde, wie wahrscheinlich das ist, wie die Russen das sehen. Erste Empfehlung und zweite und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren. André Stacke, der sieht ein Warnsignal, wenn Aktien und Renten gleichzeitig fallen. Das war ja gestern der Fall, heute die Renditen für Staatsanleihen leicht nach unten gekommen, wegen den US-Arbeitsmarktaten, aber nicht viel, nach wie vor über 4%. Die 10-Jährige, hochinteressante Analyse, Big Picture von André Stacke. Also diese beiden Empfehlungen jetzt ein schönes Wochenende. Servus, ciao.